so heute ist soweit heute fange ich ganz neu an auf unserem community server perfekt oh hallo oh wir sind am strand ich glaube da wo wir unsere base gebaut hatten ja wo sind wir denn hier nehmen das hier das ist ja gar nichts wow hybrid kälte wir sind quasi schon am sterben halt müssen bäume umhauen irgendwo können wir steine irgendwo verkloppen das machen wir mal hier die holzkeule machen wir mal würde ich sagen dann haben wir zumindest schon mal was wo wir kloppen können erst mal das lamp all verprügelt aber hier auf das schicken da habe ich auch bock weil essen jetzt müssen wir mal gucken können wir hier kochen kann ich bei dir kochen technologien guck mal wir können hier noch einiges machen unfassbar lagerfeuer sehr gut kasu sehr sehr gut willst du den katzen ja auch noch einen ganz frauschigen kollegen so was können wir denn machen oh hallo mal kochen haben wir erstmal schon ein paar futter ähm ich wapp bisher bisher habe ich keine bären gesehen wir bauen jetzt natürlich erstmal eine truhe von mir ist direkt daneben kann man ja wieder abreißen später und das zeugel mal da rein und das zeugel mal da rein ist das der vor wollen wir mal vielleicht kriegen wir den ja kriegen wir tschüss dann haben wir gleich mal jemanden der für uns kämpfen kann so jetzt schauen wir mal jetzt müssten wir einen Bogen bauen können das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil schon mal ein Bogen so ungefähr weißt du gute also wir haben aktuell auch glaube ich keine Gilden drauf ich glaube warte mal du kannst mir eigentlich helfen hier Freundchen warte mal ich glaube Was ist der Schlamm? warum sehe ich den typ nicht da läuft halt nur eine pistole rum da läuft nur eine pistole rum das geht halt noch siehst du das ja wir fangen neu an ist doch auf dem community-server jetzt kasten erbauen für die tochter du dir nicht wieder bei hatobo denk dran die meisten unfälle passieren im haushalt es ist zu still findest du kati war's kati war's sehr gut nehmen wir kann ich schon mal mehr tragen nehmen wir die kativas alle mit hier bist du für eins ein nox interessant wundervoll ok 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 so bärengarten bärengarten ganz wichtig und ich glaube ich werde mir gleich das dinosaurium fangen das zeug geht nämlich auch kaputt das zeug geht nämlich auch kaputt wenn wir keine pallbox stehen haben wenn ich aus dem anfang von battlefield 3 battlefield den karten du nirgst und klingt ihm nicht ja muss mir nur schauen dass ich ein paar machen wir halt mal ein paar kannst mir gerne helfen wir brauchen mal die maximale anzahl von sphären kommst du mal hier rüber ok das vieh ist halt level 13 da muss ich gleich mal gucken ob ich das überhaupt packe wenn ich es nicht packe ist auch nicht so schlimm ich habe auch noch nicht wirklich einen platz wo ich meine base baue aber der platz da vorne da wo das ganze erz und das holz ist das sieht schon sehr verführerisch aus gehen mal hin hier die ganze ebene die sieht schon sehr sehr verführerisch aus in der base oder oh kann man da mitmachen klar ja wenn man schon länger in der community ist bei uns würdig erscheint ja man habe ich tatsächlich überlesen dankeschön fürs erinnern der cow in ihnen sehr verbunden dafür hey ich habe es mir gedacht ich habe es mir gehört ich habe es mir gehört wo ich nur kein ich bin jetzt noch mal ein cativa gut da kann man wieder noch ein bisschen mehr tragen es sind ja richtig viele bären fällt mir und ich glaube wir werden garten neder habe ich tatsächlich werden samen das gut der den haben war und nein blöde frage wo ist der jetzt gelandet ich habe keine palboxen gestellt hallo kev grüß dich ist denn meine palbox wenn ich die aufbaue ich frage für einen freund oder ist der weg wir stellen mal hinten eine palbox auf das wäre ja sehr schade eigentlich na das ist gut direkt in den safter damit ok habe ich ja nichts dagegen an sich aber wir stellen den einfach mal hier auf jetzt so